Wissen Sie, wo die Schweizer Nazianen fährt an die WM? Oh, das hat er gerade gestern gesagt. Südafrika. Richtig. Und wo liegt Südafrika? Weiss sie nicht. Auf welchem Kontinent? Auf welchem Kontinent liegt das? Südafrika. Auf welchem Kontinent liegt Südafrika? Das weiss ich nicht. Brasilien? Brasilien, ja. Wissen Sie, wo die WM stattfindet? In einem weiten Weg. Südafrika. Südamerika. Am Anfang hatten sie es fast. Afrika. Genau, richtig. Und in Südafrika. Ja, aber wo? In Südafrika. Der Kontinent. Fängt mit A an. Und der zweite Buchstabe ist F. Also es fängt mit A an. Afrika, ja. Genau. Wenn Sie sich mit Zahlen fragen, dann ist es ein anderes Problem. Zahlen? Zahlen ist besser. Okay. Wie viele Einwohner hat Südafrika? Alle. Im Wochen. Ein Kontinent südlich von Europa. Fängt mit A an. Er wird ein. Er wird ein. Rötele. Welcher Kontinent könnte das sein, wo Südafrika draufliegt? Also ich kann Ihnen einen Tipp geben. Er fängt mit A an. Und der zweite Buchstabe ist F. Afrika. Afrika. Ah, Afrika. Genau, ja, super. Afrika. Da ist die Schweiz und Afrika ist es auch. Da oben ist es breit und dann geht es in die Spitze. Aber da ist nach der Schweizer Grenze. Hey, ich bin ja mal in die Schule gegangen. Auf welchem Kontinent? Südpol. Kennen Sie Nachbarländer? In Südafrika ist eher eine grosse Insel. Südafrika ist eine grosse Insel. Ja, klar. Da haben wir Afrika. Jawohl. Also wo ist Südafrika? Da ein bisschen mehr aus Süden. Was gibt es für Nachbarländer von Südafrika? Ähm, Spanien. Spanien! Gar nicht. Nein, sicher nicht. Nein, Mann. Ich bin von hier. Ich bin von hier. Nordafrika. Nordafrika gibt es aber als Land nicht. Einfach als Region. Nairobi. Nairobi ist die Hauptstadt von Köln. Kenia. Richtig. Ich bin ja super. Brasilien. Ja. Brasilien ist auch irgendwo. Australien. Australien ist auch ein Land. Ich weiss nicht, was ist das? Ägypten. Ägypten, genau. Das ist die Hauptstadt. Wissen Sie, das ist gerade noch etwas? Ähm, das ist Glacentrum im Valisele in der Schweiz.